Hallo ae Matrose und willkommen zurück hier auf meiner kleinen Insel. Irgendwie sieht das anders aus. Oder? Die Schriftart hat sich verändert. Ich glaube ja. Da liegt mein Scheiß. Auf der Insel da hinten lag noch das Gedöns. Da wollten wir nochmal vielleicht zurückpaddeln. Und was ist das holen? War ich hier schon an dem... Ich glaube ja. Ja, ja. Da war ich schon. Jetzt ist die Frage, paddeln wir gleich zurück und holen doch mal erst den Kram. Das wäre eigentlich gar keine so dumme Idee, oder? Was lagen denn da? Viele Steine an so einem Sheet, oder? Hm. Vielleicht hier zuerst mal eine Feuerstelle öffnen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und essen. Ah. So. Oh. Stehenbleiben! Stehenbleiben! Ja. Ich habe doch stehenbleiben gesagt. Immer schön, immer schön die Kontrolle über diese wirklich sehr widerspenstigen Wiesen behalten. Wir haben letztes Mal herausgefunden, dass, äh, ich gar nicht so unweit entfernt bin von meiner eigentlichen Destination. Äh, wie geht's mir denn? Wo ist meine Uhr? Oh ja. Da sollte ich vielleicht dann doch mal die ein oder andere Mahlzeit, äh, Schrägstrich, äh, Getränkezufuhr, ja? Mahlzeit oder Trinkzeit, wie sagt man? Ich weiß es nicht. Wie war das, wenn man, wenn man nichts mehr trinken kann? Also wenn man nichts essen kann, sagt man ja, man ist satt. Ich glaube, das andere heißt Sitt, oder? Ich bin satt und ich bin Sitt. Also Sitt heißt, ich habe genug getrunken. So. Was heißt ja bei Satt auch? Ich habe genug gegessen. Ich bin satt. Und bei Trinken heißt es, ich habe genug getrunken. Ich bin Sitt. Ich glaube, das stimmt wirklich. Also, wenn das nicht stimmt, dann, dann, dann tut es mir wirklich, also dann, wow, tut mir das leid. Nein. Oh Gott, Harry, Harry. Ich bin untröstlich. Meine Güte. Und so ein trauriger Päcki. Ähm, nichtsdestowiter. Äh, Campfire. Ja, so, Campfire. Okay. Okay. Die Frage ist nur, wo? Hier einfach so in der Mitte oder schon so ein bisschen da unten? Vielleicht besser dann doch hier in der Mitte, oder? So. Campfire. Okay, kann ich hier noch was umbauen? Da muss ich vielleicht die Sachen hier rüberziehen, oder? Dann wird sich da vielleicht daraus was Größeres ergeben. Ah, da könnte ich mal vielleicht so eine Palme noch mit umhauen. Und aus der umgehauenen Palme will ich dann vielleicht diese Leaf-Dinge rauskriegen. Und damit könnte ich vielleicht hier das Größere... Ah, Fire Pit. Aha. Fire Spit. Aha. Und schon geht das. Ich dachte mir schon fast, ich hätte es vergessen. Hatte ich aber nicht. Gute Sache. Kann ich... Laschings noch nicht. Nein. Okay, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wir verbringen mal eben noch hier, ähm, eine Tour auf dieser Insel und holen noch mal dieses Kram, was da war. Ich weiß gar nicht, was da noch war. War da noch Steine und so? Oder war da mal... Nee. Was ist denn da für ein... Was ist denn das für ein Grafikpark? Komm schon. Dahinter. Nee, habt ihr es gesehen? Da blubbert irgendwas rum und es sieht so komisch... Achso, das ist das Boot. War ich da schon? Also habe ich jetzt gerade wirklich überfragt. Ist mein Boot kaputt? Was ist mit meinem Schlauchboot los? Das spackt so komisch rum. Hallo? Hallo? Irgendwie spackt es total ab. Habe ich das hier schon geplündert? Ja, oder? Sonst wäre die Tür dann nicht so offen, hm? Wurde ich da nicht unterbrochen von meinen Kameraden, die Herren heil? Ah. Okay. Anscheinend war ich da doch nicht drin. Ich blute hier irgendwie alles voll. Oh, Antibiotics. Oh, okay, krass. Pocket Seawater. Was ist da oben noch drin? Pocket Knife. Ich sollte vielleicht wieder rausgehen. Jetzt ist es ein Mann. Beim letzten Mal war es doch deutlich noch eine Frau, oder? Mir glaubt das immer niemand. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich dachte, das wäre eine Frau. Und da war es auch auf jeden Fall eine Frau. Aber diesmal scheint es dann doch eher ein männlicher Mann zu sein. Man kann sich auch mal täuschen. Aber vielleicht ist es auch wirklich random. Also bei dem einen Spielstand war ich mir 1000% sicher, dass es auf jeden Fall eine Frau war. Naja. Vielleicht gibt es ja beides. Wer weiß. Aha. Ein Leiter. Also ein Feuerzeug. Keine Leiter, so wie ihr im herkömmlichen Sinn denkt, auf die man treten kann. Nein. Ein Werkzeug. Äh, ein Feuerzeug. Warum geht nicht auf? Hallo? Hallo? Why don't you open? Ah, da. Okay. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich nicht bei Subnautica bin. Wo ich nicht vielleicht ein bisschen länger tatsächlich, ähm, Unterwasser verbringen kann. Also das mit dem länger drücken, das finde ich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Okay, eine Flair. Ja, gut. Einen Inventarplatz haben wir noch frei. Propeller und eine Flashlight. Da ist noch eine Machete drin. Ähm, okay. Alles klar. Da ist noch ein Propeller und eine Flashlight drin. Also jetzt ist da nur noch eine Machete und ein Propeller, äh, eine Flashlight drin. Da könnten wir doch gleich nochmal ein Exkulti... Oh, du Arschloch. Geh da rein jetzt. Alter. Oh mein Gott. Mein Gott, oder? Also, verpiss dich. Oh, das gibt's doch nicht. Du Sau. Fuck, ey. Hab ich jetzt gebissen? Oh, du widerlicher, ey. Du, du Sau widerlicher, du blöder. Hä? Stech dich ab, ich sag's dir. Und deine ganzen Freunde und Verwandten auch. Deine ganze dreckige Sippe, halt da. Ich morse alle fertig. Jeden Einzelnen von euch. Kann schon herkommen. Du kannst es versuchen, halt da. Ja. So sieht das nämlich aus. Messer in Schwanzflosse. Oh, er wird ja ganz wild. Guck's ihn euch an. Wie er Beef will mit mir. Ja, er will den Streit. Ah, komm her. Ich grill dich. Ich sag's dir. Nicht nur einmal, ich grill dich mehrmals. Ich grill dich einmal, bis du so halb durch bist. Und dann grill ich dich noch einmal ganz durch. Und deine Freunde auch. Und deine Kinder und deine Verwandten. Deine Söhne und deine Schwestern. Und alle, die du lieb hast. Alle grill ich. Und dann esse ich euch alle. Kein Scheiß, Digga. Das ist kein Spaß, ich meine das ernst. Ich grill euch. Auf meinem Feuerchen. Ich kann's dir zeigen. Möchtest du mitkommen? Dann zeig ich dir mein Feuerchen. Hm? Ich zeig's dir. Ich zeig dir schon, wo ich dich essen werde. Das wird mein Vergnügen sein. Und dir werde ich lange zu fressen haben. Äh, zu essen. Ich bin ja kein Tier. So wie du. Und jetzt hast du Schiss, oder was? Hast du Schiss? Hm? Hm? Hä? Hä? Was ist dein Problem? Hä? Wie er jetzt Angst hat. Guckt ihn euch mal an. Wie er Angst hat zu sterben, ja? Der große, böse Hai. Der große, große, böse Hai. Da hat er Angst. Hat er Angst um sein Leben. Oh nein, der Peggy killt mich mit seinem Taschenmesser. Obwohl ich so ein großer, böse Hai bin. Äh. Ja, komm schon her. Ich werde dich ausrotten. Du bist für mich nur ein Frühstückshäppchen. Oder Mitternachtssnack. Kommt drauf an, wie lange das jetzt noch dauert, bis ich dich hier endlich mal aufgehe und massakriert hab. Ja, komm schon. Ja, komm schon her, ey. Na ja, passt gut auf, ne? Er ist schon, er ist schon deutlich munter auf euch. Muss man mal gucken, dass ich mein Boot nicht außer, außer Sichtweite verliere. Und dass ich nicht so nah ins, ins Tiefe hier gehe. Weil da biete ich zu viel Angriffsschläche für ihn. Das will er ja, glaube ich. Er will mich hier nur rauslocken. Bin ich gerade auf ihm rumgejumpt? Habt ihr das gesehen? Das war, also klar, habt ihr das gesehen, aber what the hell? Komm schon, so viel kann doch nicht mehr aushalten, oder, der Kamerad? Okay, das war ein direkter Angriff, aber hat mir nicht viel gemacht. Ist okay. Ja, das ist okay. Komm schon, Hai. Hä? Wo bleibst du? Ich hatte heute noch nichts zu essen. Ich hatte heute noch kein Haifleisch. Was ist er denn für ein Assi hier? Beißt er irgendwie rum und verpisst dich dann, oder was? Da hinten ist er. Ich hätte gern mein Boot. Was ist denn los mit dir? Hör mal auf, hier so ein Drama zu machen. Bisschen Blutverlust da. Ich glaube, ich spinne. So, jetzt gehen wir uns mal ein Boot wiederholen. Wie ich es hasse, dass er da nicht raufkommt. Wie ich es hasse, dass er da nicht raufkommt. Guck mal. Und da ist es gar nicht raufkommt. Und da ist es noch ein paar Tage. Und da ist auch ein paar Tage, in der Nähe von der Küste. Wo ich jetzt die Kontrolle über mich verloren hab, so ein bisschen Mein schönes Boot, ey Dieser Kackarschhai, ich hasse ihn Ich hasse ihn gerade so sehr Mein Gott, wie ich ihn gerade hasse Ach Was brate ich mir denn jetzt? Kokosnuss oder was? Och So viel Hass Für so wenig Erfolg Das ist wirklich sehr schade Das kann ich mir jetzt da reinhängen, nix, oder? Ein bisschen Wasser könnte ich mir da drin kochen Wollen wir mal ein bisschen hier Wasser holen Ey, mein schönes Boot, oder? Mann Nur in diesem blöden Arschhai Ist er jetzt voll? Ich weiß gar nicht Müsste doch gereicht haben, oder? Bin doch eigentlich ziemlich gut untergetaucht Nein, du sollst das nicht trinken Du sollst das da reinhängen Oh, wie ich es gerade hasse Oh, dieses dumme Spiel Oh Gott Oh, Spiel Boah, manchmal Ach 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 Ja, ja Mein Gott Ich wollte es doch nicht trinken Ich wollte es da reinlegen Wenn das hat Dann soll man diese Maustaste nicht so dumm belegen Weißt du Lang drücken heißt dann reinhängen Ja, aber kurz drücken heißt dann trinken Was soll der Scheiß? Okay, die kann ich jetzt gerade nicht nehmen Äh Dann nehme ich sie nicht Wo lege ich mir die denn hin? Die guten Antibiotics Wo sind denn hier meine Waffen? Äh Äh, da Okay, und der Propeller Der kommt hier zu dem Tank Ja, schön Und dann tue ich auch den anderen einmal hin Mh Ja Mein Pedolino Das hole ich mir dann aber Wenn es heller wird Okay, dann tue ich mal da noch den hier hin Dann habe ich zumindest einen davon So Ne, warte mal Wir machen das so Nehmen das wieder an uns Alles klar Die Flare Weiß ich nicht Brauche ich jetzt nicht wirklich, oder? Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht wirklich Jetzt machen wir mal hier noch Lashings ab Ach, geht nicht? Ja, ist super Super Päcki Schön kannst du das nicht Hallo? Ach, es geht noch gar nicht Meine Güte Dann machen wir mal hier die Dinger kaputt Ich glaube, ich brauche dann eh gleich nochmal ein bisschen hier Versorgung Was ja Diese Sachen angeht mit Äh Wie heißen sie denn? Hier diese, diese, diese komischen Nüsse da am Baum Kokosnüsse So, jetzt hat Die hole ich mir dann gleich nochmal Okay, Stickies Da, mein Wasser ist fertig gebacken Das ist schon wunderschön Das ist wirklich Das ist echt toll Ein schönes Backwasser So Gib her Nein, ich möchte nichts Ach Ich will doch nur das Wasser haben Hallo? Oh, diese Steuerung, ne? Ich möchte nichts craften Dankeschön Ich möchte mein Bucket of Seawater nehmen Wie kann ich denn jetzt das hin und her? Was soll denn der Scheiß? Warum verbessern sie denn dann irgendwas, wenn das dann nicht geht? Wie Campfire Bucket of Seawater Ja Das ist schön Jetzt möchte ich mein Bucket of Seawater bitte wieder in die Hand nehmen und es trinken Ja, wenn das gehen würde Ja, wenn das gehen würde Das wäre wirklich Oh, das wäre so Das war so Ja, das Wow Spiel, das wäre Hammer Wenn das verdammt nochmal jetzt gehen würde Mein blöder Eimer Seewasser Gib mir den blöden Seewasser Eimer Du Scheiß Spiel Ach Her damit Verdammt Verdammt Ich Wieso ist denn das hier überhaupt Was Warum hängt denn da Warum kann ich denn da irgendwas kraften In dem Campfire Was soll denn der Schmarrn Fishtrap Oh 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 Eine Fishtrap Digga What Wo ist mein Boot Ähm Ah, da hinten Okay Ich mach mal Wo mach ich meine Fishtrap hin Irgendwo Hier wo seicht es, oder Genau Da war ich doch Gerade Hier ist doch, oder Das ist hier doof Huch Da ging es auf einmal Ganz schön tief hinab Ähm Wie 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 Bräuchte du so eine Reuse Oder sowas Oder das ist doch Wie lege ich denn die jetzt an Hier Das kann ich nicht einfach so fallen lassen, oder 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 das wird doch Oder dass ich das einfach sonst mehr fallen Nie, oder Nein Das kann doch nicht Das kann doch nicht jetzt Äh Ja gut Wir legen das mal dahin Ich Ich Hab keine Ahnung Ob das jetzt richtig war Schon jemand mal eine Fishtrap gebaut Also eine Fischpfanne Ah Dankeschön Hm Also schön richtig warm gekochtes Heißes Seewasser Geiler Scheiß Äh Wenn ich jetzt vielleicht noch So Dann hacken wir hier nochmal so einen Baum weg Weil Ich brauche Nein, nein Ich will ja gar nicht raufklettern Das geht bloß wieder nach Das Da breche ich mir bloß wieder irgendwie drei Arme Oder sowas Ich hätte nämlich einfach bloß gerne da diese Diese Kokosnussen Die da drauf sind Da müssen wir mal eh schauen Dass wir die vielleicht von einer anderen Insel runter Runter Gedingst kriegen Gehauen Ach Mein blödes Boot ey Und dieser blöde Hai Und dann haut er ab Weißt du Im Kampf um Leben und Tod Und gerade wo er von mir voll Bäm Eins zwischen die Augen kriegt Ja Ja dann geht er weg Und flüchtet Ne Im Kampf geflohen Es war Eins gegen Eins Situation Ja Und er ist einfach gegangen Man flüchtet nicht auf einer Eins gegen Eins Situation Ja Das weiß jeder Das macht man nicht sowas Das ist ein Battle auf Um die Ehre und so Weißt du Da geht es um Ehre Um meine und um seine Ja aber er hat keine Ehre Weil er ein Hai ist Ein Immobilienhai Und die haben keine Ehre Das wisst ihr doch Habt ihr nicht gewusst Das ist so Waren da jetzt nur so zwei Wirklich Also zwei Kokosnüsse drauf Ja Zweie Ja ist das Ist das heutzutage so Ist jetzt alles teuer geworden Ja Sogar die Kokosnüsse sind selten Ja wenn das halt so ist Wenn das halt so heutzutage so läuft Ja Wenn die Kokosnüsse denken Dass das krass ist Dann gibt es halt weniger Kokosnuss So Ich brauche gar keinen Kokosnuss trinken Ich esse euch einfach nur Wo sind denn diese blöden Krabben Wenn man sie braucht Ich meine ich hoffe es geht in der Früh Früh jetzt in meinen Fisch In meine krasse Fischfalle Dann habe ich wenigstens da wieder Fett was zum Phrasen Ansonsten immer nur so Kokosnuss Hälften ausschliffen Ist jetzt auch nicht so der Burner oder Dieser blöde Hai Alter ich mache ihn kaputt Das ist echt also Wow Ich bin Noch nicht mal satt Ach Ah dieser blöde Hai Ach ich bring ihn um Ich bin Ich bin